Servus, ich bin der Max Bahnsteiner und bei Ortovox zuständig für den Bereich Rucksäcke. Heute stelle ich euch unsere neue Freeride-Linie vor. Der abfahrtsorientierte Freeride-Rucksack verfügt über einen SPS-Flex-Rückenprotektor, der eine flexible Einheit aus Protektor und Rückensystem werden lässt. Aufgebaut aus acht verschiedenen Pads, die auch bei größter Kälte flexibel bleiben, passt sich der Rückenprotektor super an den Rücken an und absorbiert jegliche Schläge. Die Freeride-Linie kommt in verschiedensten Größenvarianten zwischen 14 und 26 Liter und wir bringen die Rucksäcke in einer neuen Farbpalette, darunter auch immer eine melierte Version. Der breite und elastische Hüftgurt sowie eine körpernah geschnittene Silhouette sorgen dafür, dass der Rucksack sehr dicht am Rücken sitzt und sich auch bei großer Bewegung nicht aufschüttelt. Wir haben das Innenleben der Rucksäcke unter Packaspekten völlig neu designt und die Rucksäcke bieten nun deutlich mehr reales Nutzvolumen. Wer abseits der Massen im Gelände unterwegs ist, braucht Schutz. Aber nur ein optimal passender Rucksack kann auch wirklich schützen. Aus diesem Grund bieten wir in der Ottovox Freerider-Linie drei unterschiedliche Rückenlängen an. Diese gehen von Short über Regular zu Long. Jedes der sechs Freerider-Modelle bietet ein extra Sicherheitsfach, in dem du deine Standard-Notfallausrüstung einfach anbringen kannst. Auf diesem Rucksack kannst du deine Ski auf zwei unterschiedliche Arten befestigen. Einmal klassisch mit der A-Ski-Fixierung seitlich an den Kompressionsriemen oder noch einfacher und schneller mit der D-Ski-Fixierung, bei der du deine Ski diagonal vorne am Rucksack befestigst. Für die D-Ski-Fixierung werden einfach die beiden vorgesehenen Bänder aus dem Staufach genommen und die Skier damit eingehängt. Damit das Helm jetzt nicht mehr verloren gehen kann, haben wir es fix am Rucksack fixiert und der Helm kann im Handumdrehen angebracht werden. Mit der Freeride-Linie haben wir eine neue Serie geschaffen, die optimal auf die Anforderungen von Freeridern ausgelegt ist und eine super Abfahrts-Performance bietet.